Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von Millehs Welt. Schaut mal die Mädels hier an, wo die hingehen. Die Mädels treffen sich heute mit ein paar Freundinnen. Ich habe es erlaubt, oder wir haben es erlaubt, und haben gesagt, gut, trefft sie euch heute mal. Und ich habe mir gedacht, ich verfolge die mal einfach und filme euch mal ein bisschen mit, was die Mädels so machen. Und ich bin immer froh, wenn ich dabei sein darf, wenn Mille draußen ist oder so, weil sie aber ein bisschen klein ist. Aber mal schauen, was die Mädels alles machen heute. So, da sind... Ah, halt, stopp, ich will wissen, wer das alles ist hier. Ich kenne sie, also ich kenne nur Chiara und Burju, die anderen Milleh. Das ist die? Du kennst mich nicht mehr. Doch, ich kenne ich. Ich bin Shirin Yarem. Ja. Wer bist du? Burju. Und das ist die Chiara. Genau, dass ihr mal die Mädels kennt hier, wer das alles ist. Und ich filme einfach mal mit, was die so machen, was die Mädels so machen, wenn sie unterwegs sind. Jede Größe vorhanden, meine Lieben. Schaut mal. Da, 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 da. Die Riesen-Clique. Wir wohnen ja hier alle in der gleichen Stadt und deswegen kennen wir uns. Ja, das ist mal ein Mädchentreff angesagt heute. Oh nein, ich bin hier. 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 Bist du süß oder bist du süß? Also der wird sich, oder sie wird sich jetzt denken, was ist hier los? Da hat eine Mädels um mich rum. Bist du ein Junge? Oh mein Gott, du bist so. Ist das ein Junge? Ich soll weiß. Ein Junge? Ja. Geht auf hoch. Ja, lecker. Ich geh von da hoch. Ich geh auf. Oh Gott, ich muss ja hinterher laufen. Hey, ich bin eine alte Frau, das geht gar nicht. Das ist irgendwie hart. Das ist überhaupt meine Größe. Teste doch. Ihr braucht es XXXXXS. Während die Mädels hier diskutieren. Quisch, quisch, quisch. Was? Quischi, quischi. Ui, aber wo kriegt man sowas? Bei Müller. Bei Müller, ein Euro. Echt? Ja. Wir haben das mal so in ganz klein gefunden. In groß gab es die nicht. Oh, toll. Gibt es da verschiedene Formen oder gibt es nur die? Ja klar, es gibt auch einen Hamburger. Echt? Hamburger ist das. Hamburger. Da könnte man mal ein Video machen. Schau mal, wie schön. Ich denke, es ist nicht so, dass die Lichter schon da oben. Genau. Miley, die gibt es hier auch. Habe ich. Habe ich. Oh, das ist auch voll schön. Ich weiß, es hat es ja auch schon hier. Oh. Oh. Falsch rum, glaube ich, oder? Falsch rum. Es ist falsch rum. Nein. Falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Warte, wie steht es mir? Ja, du steht schon. Warte, wie steht es mir? Oh. Einhorn. Warte. Wer ist ein Einhorn-Fan? Ich. Falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Wir gehen immer zu den Parfüms. 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 Das riecht voll gut. Was habt ihr? Nach Karton. Das riecht voll gut. Was habt ihr? Nach Karton. Das riecht nach Karton, gell? Das riecht nach Karton, gell? Das riecht voll gut. Das riecht voll gut. Ich schau mal nach einer Sonnenbrille. Ja, das riecht nicht. Boah, ist der ja groß, gell? Mädels, was sagt ihr dazu? Mich schaut keiner an. Riecht doch. Riecht doch. Ich hab zu klein den Kopf, definitiv. Wie steht mir die Sonnenbrille? Was jetzt? So. Cool, gell? Du stehst. Jetzt komm. Das riecht Sonnenbrille. Miley. Was macht die? Modeshopping. Das riecht voll gut, bestimmt. Miley ist immer noch im Parfümfieber. Miley, die Mädels schauen längst schon Sonnenbrillen an und du bist da hängen geblieben gerade. Bissi. Die riecht auch noch. Das riecht auch noch. Die riecht auch noch. Das ist am aller 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 Besten. Na Mädels, wie schaut's aus? Schminke brauchen wir noch nicht, gell? Also Lippenstürmer. Also ich hab Schmink hier drauf. Was? Geht gar nicht. Ich hab sie geschminkt, ich hab sie geschminkt. Hey, was geht denn hier ab? Ich hab Heimer, wo ich bei ihr war, hab ich so ein bisschen viel Puder genommen, also Glitter und dann hat sie mich angeschminkt. Ja, sie hat voll viel Rouge genommen und dann hab ich sie angeschminkt, weil ihr ganzes Gesicht war voller. Ja, das macht Mille auch immer, heimlich. Heimlich von der Mama schminken. Oh Mille, nicht wie ein Clown rausgehen hier. Die macht, die kann da. Mille, was machst du? Das ist dann eh nicht, weil ich braun bin. Stell dich vor, du hättest so ein Lamm. Oh, hier sind Fliegel. Was? Hier sind Fliegel. Ich riech mal, wie der riecht. Was? Das riecht. Das heißt, wie der riecht oder wie das riecht. Wie heißt das? Wie das riecht. Wie das riecht? Der hat auch wirklich Grammatikschwäche, oder? Oh! Na, was riecht das? Beere. Beere riecht das. Oh, das ist der. Der Diamant. Waren wir nicht vorhin schon hier? Und jetzt ist der andere Hund da. Nein, der andere Hund war so andersfarbig. Wie heißt du? Oho! Bist du nicht? Hallo! 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 Sieg mal diesen Löffel! Was macht ihr da? Ich sag nur, Mädels, verrückt sind sie alle verrückt, die Mädels. Ich kaufe auch gleich mal ein, wenn ich schon bei Rewe bin mit den Mädels. Mh. Was hast du gesagt? Ich stocke euch. Ja, ich stocke euch halt. Schmeckt Unicorn! Wie schmecken die? Die haben wir gerade daheim, ja. Echt? Fruchtig! Fruchtig! Also ist nicht mein Fall. Cinderella! Ein Affe ist Cinderella! Ein Wiener Stieflein. Es fällt ja... Ein Wiener Stieflein. Es fällt ja... Ich mag am meisten Ding, ähm, Kamillentee. Wie im Krankenhaus. Oh! Was ist das? Warschmallows! Und dann können wir die nehmen. Ist das Marshmallow? Ja das ist super super bei einem Mafei. Also ich. Ach ich, zeig mir was. Wenn ihr wollt. Ja komm, nehmen wir zwei mit. Hey Virgil, nimmst du alles? Nein ich mach so was doch nicht. Can we take on one for? Ja. Virgil, geh grüß weil die nicht gut ist. Welcher ist der größte? An jeder Ecke wird angehalten, geschaut. So sinnvoll, Mädels. Und? Zeig mal. Wir haben mit der Kugel gespielt und sie haben die Glocke geläutet. Was steht da drauf? Drück mich. Da steht überall was anderes. Drück mich. Chiara, was steht bei dir? Drück mich. Ich drück dich auch. Ach Gott. Wie schmeckt denn sowas? Muss ich auch probieren. Schmeckt echt lecker. Lecker. Lutsch. Ich schläge. Waffel. Was ist besser, Delay? Waffel oder Waffel? Waffel. Waffel. Waffel ist mir richtig geil eigentlich. Okay, dann gibt es Waffel. Ich nehme Waffel. Wir nehmen Marcones und dann tun wir es einfach drauf. Blau. Hier. Coole Idee. Ich will auch. Ich auch. Papa, wir kleben die gar nicht. Die muss auch drauf. Ich liebe Marcones. Ich habe kein Marcones. Aber ich kann gar nicht wissen. Also meine Lieben, während die Mädels hier ihr Eis essen, mache ich den Schluss vom Video. Erstens geht mein Akku hier leer und zweitens muss ich nach Hause. Heute ist mein Geburtstag. Ich kriege noch Gäste. Wir sehen jetzt. Und mehr machen die Mädels heute nicht mehr. Die haben ihren ganzen Center hier auf den Kopf gestellt. Alles mögliche. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Dankeschön. Also meine Lieben. Das war es mit unserem Video. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Daumen für die Mädels. Abonnieren und klack aktivieren. Genau. Super. Perfekt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.